so, Venom 3 habe ich gar nichts von mitbekommen, ne aber ich bin halt auch bei Marvel bin ich halt echt, ich kann es nicht oft genug wiederholen, ich bin da so unfassbar krass raus dass ich wahrscheinlich nicht mehr mehr zu Deadpool 3 ins Kino gehen werde, dann werde ich mir irgendwann mal zu Hause angucken, wenn da irgendwie bei Amazon oder Netflix verfügbar ist aber ich habe da irgendwie keinen Bezug mehr mit dazu The Last Dance Okay, soll das angeblich wieder das große Finale von dieser Trilogie jetzt werden? Ja Den zweiten glaube ich noch nicht mal ganz gesehen Letterby Carnage, ich kenne da auf jeden Fall diese eine Szene im Gefängnis, die habe ich mir mal angeguckt und das Ende glaube ich diesen Endfight mit Carnage und Venom habe ich mir reingezogen, aber mehr habe ich da auch nicht gesehen Ich werde bald die X-Men Filme gucken zum ersten Mal Oh krass, echt? Dann wirklich von Anfang bis Ende Da bin ich mal sehr gespannt auf deine Meinung dann dazu Weil kleine Info zu den X-Men Filmen, die sind unfassbar konfus, wenn du die in der richtigen Chronologie gucken willst das schaffst du nicht Die machen zum Teil null Sinn aufeinander Die Filme haben so eine schlechte Kontinuität Das habe ich selten erlebt, aber Ja, Teil 1, 2 und 3 fand ich eigentlich immer ganz geil Noch vom alten Schlag Die haben immer ganz gut gefallen Und X-Men First Class ist auch noch sehr geil Den fand ich auch noch echt cool Ich finde Venom 1 und 2 ganz okay Ja, Venom 1 fand ich auch ganz okay Aber ich habe mir halt auch gedacht Warum müsst ihr denn Venom Was ist denn? Der ist ab 12, kann das sein? Venom ist ab 12 Und warum gerade bei Venom? Wieso hat man da nicht irgendwie jetzt Wie bei Deadpool zum Beispiel Einfach mal ein Marvel-Flap 18 gemacht Ja, okay Ab 12, ja, finde ich halt echt Schwachsinn Finde ich echt Schwachsinn Ist der Ton synchron zu mir gerade? Ich glaube nicht ganz, ne? Muss ich auch nochmal hier kurz fixen So Er kannte bisher nur X-Men Origins Sehr gut, perfekt Den besten Obwohl, den fand ich sogar gar nicht mal Ey Schande über mein Haupt, aber ich fand den gar nicht mal so kacke Wie Wie alle anderen Der hat Deadpool natürlich komplett In die Eier getreten Der Film auf jeden Fall Aber ich fand den an sich jetzt gar nicht mal so So krass gravierend Irgendwie Ich fand ich Ich finde zum Beispiel X-Men Dark Phoenix Den ganz neuen, glaube ich Finde ich schlimmer als Origins Dieser Film ist wirklich Der ist wirklich Dreck gewesen Aber bei Marvel bin ich eh kein Ansprechpartner Da bin ich echt nur so eine Meckerziege Ich finde die einfach nicht gut Ich finde Marvel ist sehr, sehr langweilig Sehr, sehr eintönig Und vor allem sehr vorhersehbar Sehr, sehr, sehr vorhersehbar Cassidy war viel zu underrated Als Wie er im Comic Als Carnage ist Ja Im zweiten Teil halt dann Ja, weil Carnage ist aber auch eigentlich wesentlich brutaler Als jetzt da im Film Und das haben sie halt nicht umsetzen können Oder wollen Damit der Film halt ja viele Zuschauer anlockt Dann nehmen die aber halt nicht Venom dafür Und vielleicht Ey Bekommen wir irgendwann noch Venom 3 Das glaube ich aber nicht Dass dann genau Venom 3 in FSK Ähm 18 bekommen wird Vielleicht Gibt es dann irgendwann nochmal ein Remake Oder sie machen es halt wirklich Wenn sie jetzt merken Dass Deadpool im MCU Ab 18 ist Und der Film kommt richtig geil an Dass sie dann wirklich sagen Okay Wir machen dann den nächsten Spider-Man No Way Home Gedöns Mit Venom Und der ist dann auch ab 18 Wenn Marvel jetzt in die Richtung gehen würde Und weg von diesem Alles muss auf Zwang Familienfreundlich sein Wäre das ziemlich geil Weil da könntest du auch dann wirklich Bösewichte einführen Die halt Brutaler sind Und das dann eben auch so umsetzen Ähm Meinte viel zu underrated Jaja Achso underrated meintest du Okay Ja ey Die sind halt okay Die Filme Aber das war es dann auch Ich finde die Sony Marvel Filme Sind alle okay Außer Außer Morbius Ähm Aber Und und Ähm Ding soll wohl wirklich Grottig gewesen sein Madame Web Habe ich nicht gesehen Da war aber der Trailer Der war schon so Der war so richtig egal Habe ich mir gedacht Das ist mir so scheißegal Was da gerade passiert Ähm Sony soll es einfach lassen Gebt die Rechte Alle an Marvel Wieder zurück Ja Es soll halt nicht nur Ja verstehe ich schon Verstehe ich schon Es soll nicht nur Erwachsene Ins Kino locken Aber ich denke mir dann halt Nochmal Dann nimm halt nicht einen Wie Carnage Für sowas Weißt du Weil Ich finde das immer so ein bisschen Das ist ein verschenktes Potential Carnage ist leider Darauf reduziert Dass er halt so brutal Und so asozial ist Das ist eben einfach so Das ist wie wenn du jetzt Ein Deadpool genommen hättest Und der dürfte nicht fluchen Zum Beispiel Das wäre verschenkt Weil Du Du Identifizierst ja die Figur So ein bisschen damit Und da hat sich Marvel halt einfach Kein Gefallen getan Dass die gesagt haben Wir machen jetzt aus Carnage Einen Ein Kinderfilm Wie geht's deinem Hund Dem geht's gut Der Liegt gerade im Wohnzimmer Und guckt aus dem Fenster Ja Wetter hier ist relativ beschaulich Es regnet halt Und Boah Der ist Er ist nicht mehr ganz so aktiv Wie jetzt im Winter Aber der ist halt immer hyperaktiv Der Hund Den kriegst du auch nicht klein Wenn die Sonne scheint Der rennt dir übers gesamte Feld Wie ein Bekloppter Dem geht's gut Madame Web War nochmal schlechter Als Hast du den wirklich im Kino gesehen Wer geht denn wirklich Jetzt mal Einfach nur aus Interesse Warum geht man in Madame Web Ins Kino Da muss sich ja der Trailer Auf irgendeine Art und Weise Angesprochen haben Moin Tobi Sau ist alles fit Mit dem Tanzen und T-Rex Bei mir ist alles sehr fit Ja Ich hoffe bei dir auch Vielen Dank Filme wie Vanne Morbius Madame Web Kraven Sind nur im Sony Universum Nicht im MCU Ja ich weiß Ich weiß Ich weiß Ja Ja Aber Sony Kriegt's ja anscheinend Nicht so ganz geschissen Mit der Umsetzung Dann davon Und das macht Marvel Tatsächlich besser Ich find auch die Fantastic Four Zum Beispiel Ähm Da bin ich mir sicher Dass die mindestens Gut werden Wenn Marvel das in die Hand nimmt Irgendwann komm ich Vielleicht auch wieder In das Marvel Ding rein Ich weiß es halt nicht Es fehlt nur dieser eine Film Der mich da irgendwie wieder reinkickt Und ich hab ihn halt noch nicht bekommen Bis jetzt Die gehen jetzt aktuell Auf diese ganze Schiene Dass sie das Multiverse Dafür benutzen Um nur noch Fanservice Abzuliefern Figur A und B Muss wieder zurück Es soll jetzt ja eventuell Sogar Thanos wiederkommen Weil der war ja ganz gut Als Bösewicht Ähm Robert Downey Jr. Haben sie irgendwelche Gerüchte Wieder gestreut Dass der im finalen Ding Wieder auftauchen könnte Darum geht's jetzt eben nur noch Und das ist mir zu wenig Ich mag Fanservice Ich bin dafür auch voll empfänglich Wenn's gut umgesetzt wird Jurassic World Dominion War purer Fanservice Der einfach nur Scheiße war Das ist Das gibt mir dann halt nix Der Fanservice muss Geil umgesetzt sein Bei Dings zum Beispiel Ähm Äh Spider-Man No Way Home Da waren die anderen beiden Spideys Nicht nur wegen dem Fanservice da Sondern wirklich um Dem Tom Holland Spider-Man Naja um dem weiter zu helfen Um ihm was auf dem Weg mitzugeben Weil die ja dasselbe Oder ähnliches auch schon mal erlebt hatten Da hat das eben Sinn gemacht Aber jetzt sowas wie bei Bei ähm Dr. Strange 2 Das brauch ich dann nicht Wo dann die Illuminati da alle sitzen Ähm Dr. Charles Xavier Nur damit dann kurz danach Wonder reinschweben kann Und ihm das Genick bricht Und den anderen auflösen lässt Und Das war halt So Schwachsinn einfach Wurden da einfach nur reingeschmissen Damit die halt Fanservice da drin haben Und für die Trailer natürlich Ich geh nur noch ins Kino bei Marvel Wenn ich wirklich gehypt bin Geht mir auch so ja Deadpool 3 Ist der letzte angekündigte Film Der mich noch interessiert Mal schauen Was die nächsten Jahre bringen Ja ey Deadpool Hat mich schon bei Teil 2 Nicht mehr abgeholt Da war ich dann da schon irgendwie raus Fand die Tom Holland Filme langweilig Ja Ich Ich Also ich verstehe es erstmal Ich sehe das wahrscheinlich genauso wie du Die Tom Holland Spider-Man Filme Haben einen riesen Fehler gemacht Die haben Spider-Man als Figur nicht verstanden Die haben diese ganzen Probleme Die er eigentlich hat Nicht mehr drüber gebracht Weil Spider-Man direkt erstmal Kontakt Zu den Avengers hatte Äh Von Tony Stark Einen Anzug gebaut bekommen hat Aber wenn du das ganze mal Bis zum Ende durchdenkst Ist das jetzt ja wirklich Die komplette Origin-Geschichte Von Spider-Man gewesen Weil jetzt nach No Way Home Sind wir erst an dem Punkt angekommen An dem Spider-Man wirklich Spider-Man ist An dem er alles verloren hat Er muss jetzt komplett alleine klarkommen Ich finde es so nicht verkehrt Die Filme an sich einzeln gesehen Sehe ich auch so Das ist ein bisschen öde Aber dass das ganze jetzt eine Vorgeschichte war Das gab es halt so noch nie Für Spider-Man Eine Vorgeschichte wirklich von einer Person Die alles hat Zu jemandem der alles verloren hat Aber wirklich alles Der hat ja gar nichts mehr jetzt Und das ist schon sehr interessant Also den nächsten Spider-Man Das wäre sogar ein Ding Wo ich wieder ins Kino gehen würde Ähm Um jetzt mal zu sehen Wie ein Tom Holland Spy Die vielleicht anfängt Wie auch ein Tobey Maguire damals Dass er vielleicht irgendwie Auch mal Pizza ausliefern muss Und dann passiert irgendwas So diese Diese Alltagssituation Dass er die halt auch mal meistern muss Ohne dass er dann Durch den Tony Stark Einfach alles geregelt bekommt Das wäre schon eine coole Sache Tobey Maguire bekommt vielleicht doch Einen vierten Film Ich würde mich mehr Über Andrew Garfield wünschen Weil Ähm Erfreuen meine ich Weil der War nicht fertig Also Der hat halt ein zu offenes Ende Den Tobey Maguire Film Hättest du eigentlich so beenden können Ich meine ja Dr. Connors hat In Teil 3 Immer noch so ein Stück Venom Im Labor Wenn ihr euch daran erinnert Das ist immer noch da Auch am Ende des Films Das ist Ähm Wäre quasi ein Cliffhanger Aber An sich ist das alles abgeschlossen Andrew Garfield halt nicht Da wäre ich mehr Vielleicht bekommen sie auch einfach Beide einen neuen Film Das könnte natürlich auch sein Für die Amazing Spider-Man 3 Würde ich zehnmal ins Kino gehen Ja ey Ich würde mich auch drauf freuen Ja Und dann verkoppelt es halt Doch irgendwie wieder Du kannst es ja auch Irgendwie so aufbauen Dass Ähm Tobey Maguire Und Andrew Garfield Müssten sich aber noch An Peter Parker erinnern können Oder nicht Weil Dr. Strange Hat doch nur In seinem Universum Alle vergessen lassen Wer Spider-Man ist Das heißt Da könnten wir irgendwie Noch was miteinander aufbauen Da ist noch sehr viel Potenzial Nach oben da Ja die hätten das Ja die hätten das damit aufbauen sollen Ich fand WandaVision sehr geil Als Aufbau Für die neue Phase Ich fand Ähm No Way Home Ganz gut Und dann haben sie aber So ganz komische Sachen gemacht Wie Falcom and the Winter Soldier Der hat null Erzählt der Film Das ist so dieses typische Es wurde sehr viel geredet Aber doch so wenig gesagt Der Film endet genau so Wie er begonnen hat Du musst den einfach nicht sehen Also die Serie musst du einfach nicht sehen Ähm Gut She-Hulk müssen wir nicht drüber reden Da hat man einfach nur versucht Äh Keine Ahnung was zu machen Ähm Was haben wir noch gehabt The Marvels Hab ich nicht gesehen Weil es mich nicht interessiert hat Ähm Black Panther 2 Soll wohl auch nicht so schlecht gewesen sein Guardians 3 haben wir noch Obwohl Guardians 3 auch mehr ein Abschluss war Als irgendwas was du in die neue Marvel Richtung einbauen kannst Ja Aber sie haben ja auch schon selber gesagt Dass sie jetzt mit der aktuellen Phase Da waren sie eh so ein bisschen planlos Und sie wollen jetzt eigentlich erst anfangen Neues Konzept aufzubauen Keng ist ja eventuell auch raus Was ich sehr schade finde Ich mochte auch Jonathan Majors als Kang Nur wenn der halt persönlich gesehen Wohl irgendwie Schon ein Arsch ist Dann hat er halt Pech gehabt Aber ist das nicht so Dass man sogar Kang Einfach ersetzen könnte jetzt Gegen jemand anderen Und eben sagen könnte Ist halt eine andere Variante Würde das nicht einfach funktionieren Weil wenn sie jetzt schon wieder darüber reden Ob man Kang wirklich rausstreicht Und stattdessen jetzt Galactus Als den nächsten großen Bösen einführt Ich hab null Bock auf Galactus Das ist total kacke So Kang ist jemand Dem kannst du einfach sogar Mit nem Faustschlag wehtun Kang ist nur krass Wegen seiner Technologie Das ist wesentlich nahbarer Als ein Galactus Der Universen frisst Und Planeten furzt Hast du die Blade Filme gesehen Von Wesley Snipes Oh ey Leider immer noch nicht ey Das ist total Ich muss die unbedingt gucken Ich glaub das wär genau mein Ding So Vampire und Dings Ich mag ja auch Underworld Die Filme ne So ein Typ Filmmensch bin ich Underworld find ich geil Vampire gegen Werwölfe Krass Ich dachte ja sogar damals Als ich den Trailer gesehen hab Zu Twilight zum allerersten Ich kannte das ja null Auch vom Buch her nicht Dass das jetzt auch wieder So ein krasser Krieg ist Zwischen Vampiren und Werwölfen Und sowas Aber ich bin den sogar damals Auf DVD gekauft Das war Wie so ein Wie so ein kleiner Kulturschock Weil ich mir gedacht hab Das ist es So das Was ist der Hype Dahinter Keine Ahnung Aber viele mögen auch Underworld nicht Von daher Dr. Doom Wär auch krass Aber Dr. Doom Hängt doch auch wieder Zusammen mit Kang Ähm Stan Lee Als Kang Wäre lustig Vor allem nach 20 Jahren lang Stan Lee Ist der nicht tot Außerdem ist doch Stan Lee Als Watcher Identifiziert worden In irgendeiner Post-Credits Dann sieht man das doch Dass er eigentlich Ein Watcher sein soll Blade ist super Aber ist Blade Nicht auch wieder so Der klassische Teil 1 ist gut Teil 2 ist der beste Und Teil 3 Da sinkt es wieder ab Obwohl ich sogar Auch bei Matrix Finde ich Matrix 3 Besser als Teil 2 Das ist auch Eine eher seltenere Ansicht glaube ich Robert hat nur Turo Was Trogon Genommen Während der Schauspieler Von Ach Trogon Genommen Ja Außerdem war das Doch eine andere Zahn Waren das mit Robert Downey Jr Das war ja schon Vor Ewigkeiten Wo der da Seinen Absturz hatte Und der hat sich Auch wieder gefangen Und er hat auch Glaub ich Niemand anderem Damit geschadet Oder Er hat sich einfach Quasi nur komplett Verwahrlosen Und gehen lassen Durch Drogen Alkohol Konsum Und den Klassiker In Hollywood Während Jonathan Majors Aber angeblich Auch wirklich Handgreiflich Geworden ist Keine Ahnung Ich hab das nicht Ganz so mitbekommen Ich dachte mir halt nur Scheiße Weil ich mochte den halt Wirklich Ich fand den sausympathisch In Interviews War der voll cool Das ist natürlich Auch immer so eine Sache Dass bei einem Star Wird das Ganze Immer auf eine Ganz andere Waage Gelegt Als bei einem Normalen Menschen Diese ganze Amber Heard Und Johnny Depp Sache als Beispiel Das ist auf Netflix Als Serie verfilmt worden Das ist mir Das Ja Leute schauen Diese Scheiße Batman 2 wurde Jetzt auch Um ein Jahr Verschoben Matt Reeves Soll sich Schön zeitlich Ja auf jeden Fall Lass dir Zeit dafür Bin ich auch vollkommen dafür Ich find das viel geiler Ich hab auch gerade jetzt Um mal wieder den Bogen Zurückzuschlagen Zu Godzilla Minus One Ich find das Irgendwie so cool Dass der Film Einfach nicht Direkt nach zwei Tagen Kinolaufzeit Gefühlt wieder Auf Blu-ray Rausgekommen ist Ich find das hat Sowas So wie früher Einfach Du guckst Ein Film im Kino Also erstmal hast du Eine ewig lange Zeitspanne gehabt Zwischen Shingozilla Der kam glaube ich 2016 raus Und eben Godzilla Minus One Und dann ist der Film Im Kino durchgelaufen Und dann musst du noch warten Bis der Film rauskommt Und diese Vorfreude Bis jetzt dann endlich Diese Blu-ray erscheint Ich find das ist Irgendwie so ein Teil davon Wenn ein Film jetzt Heute im Kino läuft Und kommt übermorgen Schon auf Amazon Prime Zum Runterladen raus Dann geh ich nicht Extra noch ins Kino Und da ist auch die Vorfreude Gar nicht mehr so krass Da find ich Henry Cavill Bekommt wahrscheinlich Auch eine Marvel Rolle Möglich Captain Henry Cavill Ist doch aber Der macht doch jetzt Sein Warhammer Ding Dachte ich Das ist jetzt so seine Seine neue Sache sein wird Wolverine Da wäre ich immer noch Mit Daniel Radcliffe Das sah schon krass aus Diese Fanarts Wie der jetzt Als Wolverine rüberkommen würde Würde auf jeden Fall passen Ich glaube bei Guardians Of The Galaxy Vol. 1 Hat er mit denen Auf einem Planeten gechillt Ja genau am Ende In der In der In der Post-Credit-Szene Glaube ich war es Grüße an dich Zurückkiller Solentor 4 eingeführt Keine Ahnung wer das ist Kenn ich nicht Blade Teil 1 Ist wirklich gut Teil 2 War auch noch gut Und Teil 3 Nur noch Naja Wobei Ryan Reynolds Gut funktioniert hat Obwohl der Humor Für einen Eigentlichen Horrorfilm Etwas unpassend war Sind das Horrorfilme Oder sind das mehr so So Underworld Filme Das sind ja keine Horrorfilme Per se Das ist mehr Resident Evil 1 Ist auch kein Horrorfilm Für mich Das ist Horror Action Zusammengemischt Irgendwie Henry Cavill Als Dr. Doom Ne ey Ich hab irgendwie gehört Laut Gerüchten Dass Killian Wie heißt der Killian Murphy Der jetzt auch Ein Oscar gewonnen hat Für Oppenheimer Dass der im Gespräch Wäre für Dr. Doom Das wäre doch krass Es gibt neue Informationen Zu Godzilla Es gibt jeden Tag Neue Informationen Zu Godzilla Kong Aber auch sehr viel Scheiße Sehr viele Sachen Die mir auch Per Instagram Geschickt werden Die halt nicht Das ist Quatsch Das ist dann Fake Oder das ist Ich bin da jetzt Auch gerade mal Ein bisschen ruhig Was Godzilla Kong angeht Der Film kommt ja auch Schon bald In die Kinos Dauert noch ein bisschen Aber Haben wir heute auch Irgendwas mit Godzilla Kong Dabei Wenn ihr noch irgendwas habt Ihr könnt mir da gerne mal Was schicken Von YouTube oder so Keine Links Die kommen hier glaube ich Nicht an Sondern einfach mal schicken Wonach ich dann mal YouTuben kann Wenn es da irgendwas Spezielles noch gibt Aber Es gibt halt nur Tausend Clips Wieder in irgendwelche Zusammengewürfelten Fanmade Trailer Gibt es einige Ja Dann enden deine Strikes In 10 Tagen Ja in 10 Tagen Das war schon was gewesen Am 25.12. Am der erste Strike Also schön zu Weihnachten Und der zweite Kam einfach am 1.1. Es war ein richtig guter Start ins neue Jahr gewesen Ging richtig geil los Auf jeden Fall Ich will den Schauspieler Von Gus Fridge Als Doktor Der war Sollte der nicht Aber eigentlich Charles Xavier spielen Aber er wollte den spielen Ohne Rollstuhl Hat er was dazu gesagt Na haben die halt gemeint Was ist denn das Für eine Voraussetzung Deswegen würde er es Wohl dann eher nicht machen Hast du mal geguckt Wegen dem Comic Was ich dir geschickt habe Den gibt es schon Komplett auf Englisch Hab ich noch nicht gesehen Wie heißt denn der Comic Malus einer zu Godzilla Bop U foram Und da Sv 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 Untertitelung des ZDF, 2020